Hi, ich bin Florian und ihr könnt zwar so tun, als wärt ihr schlau, aber ich lasse euer Bildnis bröckeln, wie das von John Dorian. Krass. Hi, ich bin Olli, ich habe nicht gefrühstückt. Mit anderen Worten, bei mir gab es keine Meals, aber ihr kriegt die krassen Deals. Wow, hi, ich bin der Paul und ich bin auch dabei. Freunde, wie geht es euch? Ich habe das Wochenende gut überstanden. Seid ihr auch gerade eher noch auf Guten Morgen Level oder war es schon ein harter Montag? Hallo, ihr hübschen Menschen. Herzlich willkommen zu Copy and Taste. Go, go, Copy and Taste Rangers. Olli-Test. Nur für euch. Was passiert? Ist das schon an bei euch? Ja, bei dir noch nicht. Oh doch, sorry, ich war noch auf YouTube. Übrigens, Freunde, ihr solltet alle dranbleiben, denn wir drei probieren das, was wir beim letzten Mal angekündigt haben, wie viel Sprite kann man trinken, ohne zu rülpsen. Du kannst absetzen, das geht. Du darfst absetzen. Gehst du kurz? Kurz. Ja, ja, na klar, wenn du atmen musst, um nicht zu sterben. Let's go. Ich kann es ja jetzt schon gar nicht drin behalten. Kennt ihr, dass wenn man so Schluckschmerzen bekommt? Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm? Du hast schon Gerüst, Flo? Nee. Oh Gott, ist ganz unangenehm. Oh, ich muss, ich hab mich das Gefühl, ich muss es gleich übergeben. What shall I do? Oh, warte mal. Oh, es geht, ich hab jetzt, Hälfte hab ich weg. Entschuldigung, es geht nicht anders. Oh, der kam raus, ich konnte nicht's gegen machen. Oh Gott, ist das räudig, Alter. Es ist furchtbar, es ist furchtbar. Paul, geht's dir noch gut? Ich glaube, ich hab keine Chance, es hängt schon hier. Also, ich hab's nicht geschafft. Halber hab ich geschafft, aber mehr nicht. Oh Gottes Willen, es ist aber wirklich das. Es ist unangenehm, ne? Es ist unangenehm sein Vater. Ist durch. Das war's bei dir, Paul? Ja, es war total leise, aber es war so ein... Okay. Der war nicht mehr so leise. Oh, Alter, it comes at you in waves. Aber wirklich. Lol, Alter. Hashtag ist doch easy. 360 Gramm Alkohol in einer Flasche. Olli, wie viel Prozent hat's dann? Wissen wir nicht, weil weder Volumenangabe noch Menge der Flasche bekannt ist. Haha, war ein Trick. Gestern zum Beispiel geh ich ins Wohnzimmer, ne? Und dann saß Anne da, halt mit einer Packung Klopfer. Und war so, huhuhuhu. Alleine, aber... Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich mach Spaß. Aber der Gedanke war lustig. It's fine, I have old anyways. I have old anyways. Oh, okay. Well, you look good, if you sing it so. Oh, okay. You think you're welcome? Digga. Das ist halt der Unterschied. Wenn Jungs einen Shooter spielen, F*** deine Mutter! Schwöre auf... Digga, Mann, f*** deine Mutter jetzt. Mach die Fuse ab und nach Koi. Ja, und dann Frauen spielen. Ey, mach du. Sieht voll schön aus, wie du es machst. Ist gut gemacht. Ist voll holzsam, Alter. Angenehm. Ich würde mir so sehr... Ich würde mit Suki sofort in eine Karaoke-Bar gehen. Ja, Mann. Ja, aber nur, wenn wir beide drauf committen, jeder so eine Nummer auf der Bühne abzuziehen. Weil wenn du das... Zu Hause, mega lustig vor Publikum, aber in der Karaoke-Bar, mega. Und dann alle als Band zu Backstreet Boys. Oh Gott, da ist die Achse danach, aber auch ziemlich im Arsch, oder? Na, die Achse nicht. Im Zweifelsfall die Aufhängung mit der Achse. Passiert vielleicht sogar gar nichts, wenn er ihn langsam wieder runterlässt. Okay, alles klar. Jawohl. Nun, Aufhängung und Achse im Arsch. Du musst aus meiner Perspektive verstehen, ich denke an jedes Loch, das es gibt. Und ich habe in meinem Leben viele Löcher gesehen. Wow. Da Flo hängt. Cool, bin jetzt wieder da. Ja, wir haben einfach mitgemacht. Ja. 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 Ich scho Где quiz komm noch nicht. Ich schoue. Bo- Untertitelung des ZDF, 2020